Hallo, ich bin Valentina, Gründerin von Unique Fitness, ein Fitnessstudio für funktionelles Training in der Kleingruppe im Herzen von Bonn. Wir trainieren Menschen auf allen unterschiedlichen Leistungsniveaus und das ist genau die Besonderheit von unserem Studio, dass wir ihn dort abholen, wo er gerade steht. Ich habe viel mehr gefunden als einfach nur ein bisschen Training, sondern echt eine coole Community, viel, viel Spaß beim Training, neue Freunde, das, was ich eigentlich nie erwartet hätte. Es gibt wirklich Leute, die etwas Gemeinsames haben. Weil es ein sehr geiler, durchdachter Trainingsplan ist und vor allem sehr, sehr wenig Zeit in Anspruch. In Ziele steckt man sich einfach immer wieder neue und es ist echt gut zu sehen, dass man die auch dann wieder erreichen kann. Ich habe keine Schmerzen, ich konnte den Kopf nicht bewegen, es ist alles weg. Dass das Krafttraining selber mich halt auch mental wesentlich stärker macht und das macht mich auf jeden Fall auch in meinem Alltag definitiv stärker und widerstandsfähiger. Wir glauben, dass der Körper und Geist einfach nur zusammenarbeiten, immer. Also meine große Leidenschaft ist einfach, meine Kunden zu sehen, wie sie sich entwickeln. Das ist der bereicherndste Job auf der Welt, Menschen Lebensqualität zu bringen. Das ist der bereicherndste Job auf der Welt. Genau ist das Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Dann sehen uns.